Hallo und herzlich willkommen zurück bei Foundation! In der letzten Folge haben wir dafür gesorgt, dass unsere Dorfbewohner mit Kleidung versorgt werden. Und in dieser Folge werden wir natürlich wieder ganz entspannt und in Ruhe an unserem kleinen Küstendorf weiterbauen. Wir sollten uns da auf jeden Fall ein paar Dinge anschauen. Wir haben nämlich zwischenzeitlich einen Patch erhalten. Wir spielen jetzt die Version 1.9.4. Dadurch ergeben sich ein paar Änderungen, auf die ich im Laufe der Folge eingehen möchte. Aber zunächst sollten wir uns mal unsere vier Neuankömmlinge anschauen. Wir haben nämlich gerade neue Zuwanderer erhalten. Das ist sehr schön. Wir brauchen die auf jeden Fall, denn durch den Patch 1.9.4 ist uns eine weitere Nahrungsquelle freigeschaltet worden. Beziehungsweise wir benötigen jetzt sogar mehr Nahrung, denn alle Dorfbewohner benötigen jetzt mindestens zwei unterschiedliche Nahrungsmittel. Gehen wir deswegen zunächst einmal in den Alma nach. Hier hat sich ein kleines bisschen was verändert. Ich habe mir das im Vorfeld schon mal kurz angeschaut. Zum einen haben wir jetzt hier die Schlachtung oder mit anderen Worten die Fleischproduktion und die möchte ich gerne in dieser Folge beginnen. Ist jetzt hier auch auf der niedrigsten Fortschrittsstufe beim allgemeinen Pfad und da werden wir uns mal die Schlachtung gleich freischalten für 25 Münzen. Dadurch erhalten wir eine Jagdhütte. Wir können dann Wildschweine produzieren beziehungsweise jagen und wir können eine Fleischerei errichten. Schalten wir uns das mal für 25 Münzen frei. Und dann schauen wir noch in eine Sache rein, ganz kurz, wenn wir jetzt schon im Alma nach sind. Und zwar hier in die Arbeiterschaft. Da hat sich nämlich etwas verändert. Die Kämerei wurde hierher verschoben vom allgemeinen Pfad. Wir müssen uns hier um nichts kümmern. Wir haben unsere Steuereinnahmen durch die Kämerei. Also brauchen wir uns da um nichts, wie gesagt, kümmern. Das ist sehr gut, aber eine Änderung, die sich durch den Patch ergeben hat, unter anderem. Und wir sollten uns, glaube ich, noch etwas anschauen. Genau, wir können uns hier irgendwo eine Taverne freischalten. Genau, hier ist sie. Beim allgemeinen Pfad. Und unsere Dorfbewohner, die gemeine Bürger oder Soldaten sind, benötigen ab jetzt Unterhaltung. Also müssen wir darauf hinarbeiten, dass wir demnächst dann eine Taverne errichten. Aber das werden wir wohl nicht mehr in dieser Folge machen. Soviel erst einmal dazu. Und wir haben hier einen neuen Ratschlag. Ich glaube, den sollten wir uns mal anschauen. Da ist es Abgaben erheben. Also mehr Münzen können nicht schaden. Schauen wir uns diesen Ratschlag mal an. Ratschlag Abgaben erheben. Eure Schatzkammer ist ziemlich leer dieser Tage. Als Dorfvorsteher habt ihr das Recht, Abgaben von euren Dorfbewohnern zu erheben. Allerdings werden sie ihren Beitrag nur widerwillig leisten. Nun gut, wir haben 159 Münzen. Ich weiß gar nicht, warum wir die jetzt hier eigentlich erhalten. Aber dennoch, Münzen können nicht schaden. Wir wollen hier einiges bauen. Also würde ich sagen, lasst uns die Dorfbewohnern nach Münzen ansuchen. So, dann schauen wir uns das gleich mal an, was wir nun machen müssen. Wir sollen das Abgabenmandat erlassen. Das ist sehr interessant. Wir sollten uns sowieso damit mal beschäftigen. Wir haben eine große Halle bereits errichtet und wir sollen das Mandat diskutiert, eine Abgabe mit euren Dorfbewohnern abschließen und dann einen monatlichen Gewinn aus Mandateinnahmen 50 Münzen oder mehr generieren. Heften wir uns das hier mal an und dann gehen wir mal in die Mandate und schauen uns das auch an. Wo haben wir es denn da unten? Da haben wir jetzt sieben Tage für Zeit, diskutiert eine Abgabe mit euren Dorfbewohnern. Diskutieren wir das. Mandat Münzabgabe. Ihr habt eure Leute in der großen Halle versammelt, um eine mögliche Abgabe zu diskutieren. Die Dorfbewohner sehen nicht allzu glücklich aus, ihre hart erarbeiteten Münzen abzugeben. Aber ihr wisst, sie werden es tun, wenn sie müssen. Jetzt können wir sagen, es muss getan werden. Dadurch erhalten wir 135 Münzen von unseren Leibeigenen und 40 von den Gemeinen. Und dadurch gibt es jetzt hier einen Zufriedenheitsbonus von minus 30 Prozent, also einen Zufriedenheitsmalus von 30 Prozent mit anderen Worten und der nimmt dann über die Zeit ab. Das könnten wir also machen und wir würden 175 Münzen erhalten. Ansonsten könnten wir das jetzt hier auch ablehnen. Wir werden das einfach mal machen. Wir wollen hier die Tutorials und die Ratschläge hier mitnehmen. So, dann sollten wir jetzt ein paar Münzen bekommen. Wir haben den Erfolg erzielt Münzen erhoben. Eure Dorfbewohner haben euch widerwillig eine große Anzahl Münzen überbracht. Zufriedenheitsbonus, wie gesagt, von minus 30 Prozent und wir haben die 175 Münzen erhalten. Und jetzt haben wir hier einen weiteren Erfolg erzielt dadurch, dass wir einen Ratschlag befolgt haben. Gut, den kriegen wir ja immer. Und dann haben wir hier noch eine Gelegenheit für einen weiteren Ratschlag. Gut, dann schauen wir uns den mal an. Wir haben jetzt 328 Münzen. Unsere Schatzkammer hat noch etwas Kapazität. Wir können erst einmal uns den Ratschlag, denke ich, anschauen. Ratschlag, Edikte und Privilegien. Die Dorfbewohner denken, dass wir florierend genug sind, um das erste Edikt zu erlassen. Edikte sind Gesetze und Regeln, die es euch erlauben, euer Dorf nach euren Vorstellungen zu formen. Ihr könnt auch Privilegien in Anspruch nehmen, die euch die Stände gewähren. Einmal in Kraft getreten, können Edikte und Privilegien nur von einem Vogt wieder zurückgenommen werden. Gut, wir erlassen ein Edikt. So, dann schauen wir uns das auch gleich mal an. Und hier kann man noch etwas sehen. Wir haben jetzt die Hilfetexte etwas anders präsentiert bekommen. Da haben wir hier den Hilfetext für die Edikte und Privilegien. Und dazu heißt es hier, durch das Erreichen von bestimmten Wohlstands- und Prunkwerten erhaltet ihr Zugriff auf neue Edikte und Privilegien. Diese gestatten euch, besondere Regeln und Begünstigungen für euer Dorf festzulegen. Schließen wir das und schauen uns mal unsere Aufgabe im Detail an. Wir sollen jetzt das Edikt vertraglicher Lohn im Alma nach erwerben und dieses dann erlassen. Das können wir machen. Also gehen wir in den Alma nach und hier ist auch der vertragliche Lohn. Zum vertraglichen Lohn heißt es hier, reduziert die Kosten jedes eurer Mandate um 50%. Reduziert die Dauer jedes eurer Mandate um 50%. Also die Dauer, in der es ausgeführt wird. Dann können wir uns das jetzt hier mal für 100 Münzen freischalten. Wir haben ja gerade um Münzen ersucht. Und dann gehen wir hier in Edikte und Privilegien gleich rein. Wir können uns nämlich noch etwas anderes freischalten. Gehen wir mal die Arbeiterschaft. Das hatten wir uns auch schon mal in der Vergangenheit angeschaut. Das können wir dann gleich mitmachen. Halte ich für eine ganz gute Idee. Wir haben ja hier Privilegien durch die Arbeiterschaft, der wir uns ja verschrieben haben. Und da haben wir hier das Privileg guter Leumund. Dazu heißt es hier, Neuankömmende ignorieren den Einwanderungsfaktor Zufriedenheit. Wir haben das Privileg hingebungsvolles Volk. Der wechselseitige negative Prunkeinfluss von Arbeiterschaft und Klerus ist um 50% reduziert. Und dann haben wir hier noch das Privileg Alltagsaufgaben und der halt von Arbeiterschaftsgebäuden um 10% reduziert. Und da würde ich sagen, das sollten wir uns freischalten und dann in die Edikte und Privilegien gehen. So, jetzt erlassen wir mal unser Edikt zunächst. Das ist ja unser Ratschlag, den wir hier erfüllen sollen. Dann haben wir das schon mal abgeschlossen. Und da wählen wir uns natürlich hier den vertraglichen Juden aus. Dann werden wir jetzt gleich den Erfolg erzielen. Ganz genau. Ich pausiere mal ganz kurz die Simulation. Wir werden bei dieser Gelegenheit natürlich auch das erste Privileg erlassen, das, das wir uns gerade bei der Arbeiterschaft freigeschaltet haben. Oh, wir haben noch ein zweites Privileg hier. Das haben wir durch, glaube ich, den Handel mit dem Bonnegans wohl erhalten. Die Kaufmannsgilde. Handelspreisbonus von 10% bei Dörfern mit Loyalität gegenüber der Arbeiterschaft. Ich glaube, das war doch aber durch eine Aufgabe, die wir abgelehnt hatten. Nun gut, wir werden jetzt hier die Alltagsaufgaben als Privileg festlegen. Wir werden noch weitere Plätze erhalten, aber erst beim höheren Fortschritt in den jeweiligen Stand. Das gleiche gilt hier auch für die Edikte. Da werden uns dann beim allgemeinen Pfad die Plätze freigeschaltet. Machen wir den Eimer nach zunächst einmal zu. Da möchte ich auch noch etwas eingehen. Aber lassen wir erst mal die Simulation weiterlaufen. Und wir haben unseren Erfolg jetzt hier noch. Der Ratschlag wurde befolgt. Wir haben unser erstes Edikt erlassen. Und dazu heißt es hier weiterhin, einmal in Kraft gesetzt können Edikte und Privilegien nur von einem Vogt mit dem entsprechenden Mandat abgeändert werden. Wir können ja ganz kurz mal in die Mandate schauen. Da haben wir die Aufgabe bzw. hier das Mandat. Da können wir ein Edikt zurückziehen für 150 Münzen oder ein Privileg für 150 Münzen. Wollen wir jetzt nicht machen. Von daher schließen wir mal die Mandate und nehmen wir unseren neuesten Einwohner auf. Jetzt sollten wir uns mal ein bisschen was kümmern. Wir haben noch gar nichts gebaut in dieser Folge. Ja, so ist das nach einem Patch. Nun gut. Wir haben noch eine Änderung und zwar das bestimmte Gebäude. Das können wir uns hier mal bei der Schneiderei anschauen. Da haben wir hier einen Schneider eingestellt, der Gemeiner sein muss. Jetzt gucken wir uns unseren Schneider an. Unsere Schneiderin, nein, ich glaube, das ist ein Schneider, ist nur Leibeigner. Das ist jetzt auch etwas Neues, dass sich einige Gebäude verändert haben. Von daher werden wir unseren Leibeigenen hier mal zum Gemeinen befördern für 20 Münzen. Und wir werden mal kurz in die Weberei reinschauen. Da brauchen wir auch Gemeine führen. Gucken wir uns mal unsere beiden Weber beziehungsweise unsere beiden Weberinnen an. Das sind auch beides Leibeigene befördernde die beiden auch noch. Dann kriegen wir von ihnen noch ein bisschen mehr an Steuern. Sie haben allerdings auch höhere Bedürfnisse. So haben wir das schon mal erfüllt. Jetzt müssen wir uns um eine Sache noch kümmern, bevor wir uns mal um die Fleischproduktion kümmern, die wir uns ja schon gekauft haben. Ich möchte noch etwas richtig stellen bzw. meine Verwirrung aufklären. Mir kam da schon die ganze Zeit etwas merkwürdig vor. Wir haben uns ja hier unter anderem schon die Handelsroute mit Northbury vor einiger Zeit freigeschaltet. Und die Texte hier drüber sind etwas missverständlich. Sie sind klein geschrieben und nicht groß. Das hat mich verwirrt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das für einen Tippfehler gehalten, ehrlich gesagt. Und es ist genau umgekehrt, wie ich es bisher immer gesagt habe. Kauf von ihnen bedeutet Kauf von Northbury. Und Verkauf an sie bedeutet Verkauf an Northbury. Ich habe es in den vergangenen Folgen leider immer umgekehrt verstanden. In der englischen Version ist es deutlich klarer. Hier ist es nicht so schön. Also das ist etwas unglücklich, meiner Meinung nach formuliert. Aber es ist aufgeklärt. Und wir haben ja auch noch etwas Neues. Wir haben eine weitere vierte potenzielle Handelsroute mit der Keenstone Abbey. Und wir haben jetzt hier gerade die Möglichkeit, uns die Handelsroute mit Mittel freizuschalten. Also mit dem Klerus. Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, dass ich das gerne machen würde. Wir haben im Moment 48 gewöhnliche Kleidungsstücke. Schalten wir uns die Handelsroute mal frei. Und dann haben wir hier auch noch das, auf was ich auch noch eingehen wollte. Hier können wir uns die Handelsrouten aufwerten, wenn entsprechend verkauft und gekauft wird. Und dadurch erhöht sich dann das Volumen der jeweiligen Handelsroute. Da sehen wir das ja hier den Unterschied zwischen Stufe 2 mit der Arbeiterschaften, Stufe 1 bei der Handelsroute mit dem Klerus. Das wollte ich auf jeden Fall gemacht haben. So, dann können wir jetzt endlich mal anfangen zu bauen. Das mit der Fleischproduktion ist recht interessant. Jetzt fängt sie auch interessanterweise an zu regnen. Und das hat man glaube ich auch noch nicht. Da fliegen so ein paar Wassertropfen gerade am Bildschirm vorbei. Großartig. Ist auch ein bisschen neblier geworden. Na gut, wir sind an der Küste. Du sollst uns eigentlich nicht wundern. Gehen wir mal in unsere Neujahrwerbung. Also in die Nahrungsmittelproduktion. Wir haben uns jetzt hier die Jagdhütte freigeschaltet. Die Wildschweine produziert. Also Jagd. Und wir haben die Fleischerei. Beginnen wir mal mit der Jagdhütte und den Zonen, die dafür notwendig sind. Wir müssen nämlich ein Jagdgebiet einrichten. Da werden wir ein bisschen Probleme hier kriegen. Wir haben recht wenig Platz. Aber ich denke, wir kriegen das hier hin. Gehen wir mal die Kamera nach oben, nicht nach unten. Das dürfte besser sein. Wir werden mal hier unten ein Jagdgebiet einrichten. Und dann werden wir mal einen größeren Pinsel verwenden. Das ist etwas übergriffig, das Jagdgebiet. Das reduziert nämlich die anderen Zonen. Das sehen wir jetzt hier zum Beispiel ganz gut. und es würde jetzt hier auch die Abortzone für unsere Bären wegnehmen. Das ist nicht so schön. Wir nehmen das noch mal kurz zurück. Das war jetzt bloß mal zum Zeigen, das wir mal wieder natürlich einrichten. Und wir werden das hier in der Nähe auf jeden Fall aber machen. Wir haben ja kaum andere Möglichkeiten. Wenn wir mal hier in den Wald gehen, auch wenn hier unser Holzfelderlager ist, da müssen wir jetzt mal das in Kauf nehmen. Hier haben wir auf jeden Fall Wildschweine, wie man sehen kann. Wir werden hier mal so einen Streifen einzeichnen. Und ich glaube auch hier rüber gehen erst einmal. Das nimmt alle Gebiete weg. Das ist also quasi wie ein Radiergummi gleichzeitig. Etwas unschön gelöst, wie ich finde. Aber nun gut, wir haben keine andere Wahl, als das jetzt hier zu akzeptieren. Also machen wir das einfach. Wir nehmen ihn noch ein kleines bisschen wieder weg. Ich möchte auf jeden Fall die Kirche demnächst erweitern. Ich hoffe, wir kommen dazu schon in dieser Folge. Aber wir haben jetzt schon so viel Zeit mit den Änderungen verbracht und mit dem, was zu lesen war, mal wieder. Nun gut, wir haben auch Privilegien und Edikte erlassen. Also von daher auch nicht verkehrt. So, wir werden mal unsere erste Jagdhütte platzieren und uns die Grenzen des Territoriums dafür einschalten. Möchte ich hier hinten erst einmal machen. Und zwar so rum. Das ist jetzt vorne, glaube ich. Hier sind gar keine Pfeile zu erkennen, wo der Zugang ist. Das ist noch ganz neu. Ich denke, das ist ein kleiner Bug, den wir hier noch haben. Aber ich hatte mir das im Vorfeld schon mal angeguckt. Von daher ist hier, glaube ich, der Eingang da, wo hier die Balken rausragen. Bauen wir mal die Jagdhütte für 10 Münzen. Die Jagdhütte hat auch nur einen Arbeiter, also einen Jäger oder eine Jägerin. Und daher würde ich sagen, wir haben 5 Arbeitslose Dorf, woher bauen wir gleich eine zweite Jagdhütte daneben. Hier in der Nähe, ich würde sagen, hier in der Nähe unserer Sammlerhütte. Damit das ein bisschen interessanter aussieht, machen wir das hier. Lassen wir noch ein kleines bisschen Abstand. Und dann ziehen wir die zweite Jagdhütte daneben. Dann können sich unsere Baumeister darum kümmern. Und dann werden wir natürlich auch noch eine Fleischerei errichten müssen und einen Speicher. Wir haben im Moment eigentlich, naja, unsere Speicherplätze schon ausgenutzt, ausgereizt. Und wie man sehen kann, die Fleischerei hat wieder einen Lärmradius. Also die sollten wir jetzt nicht unbedingt hier an der Straße platzieren, sonst wäre das Haus hier beeinträchtigt. Machen wir das auch hier unten. Hier können wir dann gleich mal bei der Gelegenheit ein paar Bäume lichten. Gucken wir mal, wie das gut aussieht. Ich glaube, das könnte ganz nett aussehen. Da sind die Zugänge nach rechts, links und unten jetzt. Gehen wir mal hier an die Küste, lassen immer noch ein kleines bisschen Abstand. Und platzieren wir mal hier unten an der Küste unsere lärmende Fleischerei, die erste. Für auch nur 10 Münzen. Ansonsten brauchen wir noch 10 Steinen, 10 Bretter und drei Werkzeuge. Das können wir uns alles ganz bequem leisten. So, und dann schauen wir mal. Ich sehe gerade, dass sich hier etwas bei den Namen getan hat. Unsere drei Baumeister heißen wohl anders. Hier haben wir einen Wirnd und einen Humphroy. Die kennen wir noch gar nicht. Das ist ja sehr interessant. Ja, schau mal ganz kurz, wo ist denn unsere Bauhütte? Da ist sie. Aha. Das ist interessant. Also das sind jetzt wohl Träger, die gerade aus den Lagerhäusern die Baumaterialien bringen. Das scheint eine kleine versteckte Änderung zu sein, dass die Baumeister das nicht alleine machen müssen. Und wir haben bereits zwei neue Dorfwohner. Wir haben jetzt sieben Arbeitslose. Ich hoffe, die beiden Gebäude werden schnell fertig. Also die beiden Jagdhütten und dann auch die Fleischerei. Die Fleischerei müsste zwei Fleischer haben. Dann können wir uns gleich noch um einen Speicher kümmern. Gehen wir mal in die Logistik und errichten hier vorne noch einen weiteren Speicher. Drehen wir uns den mal so hin, würde ich sagen. Das sieht, glaube ich, ganz nett aus. Wenn wir das denn hier in der Nähe der einen Jagdhütte haben, haben wir auch den für zehn Münzen. Lassen wir das alles mal offen, damit wir das überwachen können. Jetzt schon wieder voll hier. Aber das wird sich auf jeden Fall ändern. Und dann werden wir gleich noch natürlich den Verkauf von Fleischprodukten auf unserem Markt vorsehen. Also werden wir einen weiteren Marktstand hier platzieren. Gehen wir hier rein, bearbeiten das Gebäude und errichten einen neuen Marktplatz bzw. Marktstand. Also einen weiteren Lebensmittelstand. Mal gucken, wo wir den jetzt platzieren. Hier drüben sind ja unsere beiden anderen, die Beeren und der Fisch. Ich würde sagen, da muss das da auch in die Nähe. Also machen wir das mal hier. Das sieht, glaube ich, ganz nett aus. Und das ist jetzt Fleischstand. Dann geben wir dem noch ein Zelt. Wir haben das rustikale Marktzelt hier noch nicht verwendet. Platzieren wir das mal hier. Und wir werden auch natürlich wieder ein Schild für einen Lebensmittelstand da dran platzieren. Machen wir das hier auf der Seite, dann sieht das auch hübsch aus. Wir wollen ja auch für ein bisschen Schönheit und ein bisschen Prunz sorgen in unserem Dorf. Bauen wir das. So, dann haben unsere Dorfbaumeister hier ordentlich zu tun. Dann können wir das eigentlich ein bisschen laufen lassen. Eine Sache würde ich auch noch gerne mitbauen. Wir sollten mal ganz gut schauen. Wir haben jetzt 112 Fische. Ich glaube, wir sind erstmal bei der Fischproduktion ganz gut. Aber wir kriegen natürlich ständig neue Dorfbewohner. Von daher bauen wir doch eine weitere Fischerhütte hier in unserem Dorf. Ist eigentlich eine recht einfache Ressource. Da brauchen wir kein Abbaugebiet festlegen. Und es rentiert sich auf jeden Fall, wenn wir das haben. Dann sollten wir uns auch nochmal unsere Speicher anschauen. Da müssen wir sicherlich noch was bei den eingelagerten Ressourcen verändern. Bauen wir die einfach hier neben den anderen Fischerhütten, dass auf jeden Fall genug Platz hier unterhalb des Steinmetzzels auch wieder für zehn Münzen. Sehr schön. So, also unser Dorfbaumeister sollten sich mal ranhalten. Hier ist noch nichts fertig geworden, wenn ich das richtig sehe. Nein, aber hier die Jagdhütte ist fast fertig. Da fehlt bloß noch der Baumeister bei der einen und bei der anderen auch. Aber die erste hier, die obere jetzt dürfte gleich fertig werden. So, dann schauen wir uns mal unsere Speicher an. Hier unten haben wir einen Speicher, wo Beeren und Fisch eingelagert wird. Und der ist nicht sonderlich gefüllt. Ich glaube, da können wir mal einen Platz für Beeren entfernen, beziehungsweise hier dann die Wildschweine und das Fleisch einlagern. Machen wir das mal, so dass wir die Beeren, ja, das ist ein bisschen unschönlich, würde das gerne zusammenhalten, geht aber nicht. Also lagern wir hier Fisch, Fleisch, Beeren und Wildschweine ein. Hier ist ja auch die Fleischerei denn. Und ich würde sagen, hier bei dem Lagerhaus machen wir das dann auch, beziehungsweise dem Speicher, also dem Lagerhaus für Nahrungsmittel, machen wir das dann eben so. Und wir haben ja noch einen weiteren Speicher hier an unserem Marktplatz. Schauen wir uns den mal an. Da können wir mal einen Platz für den Fisch wegnehmen. Und da wir hier nur den Verkauf haben wollen, genügt es, wenn wir hier wohl nur Fleisch einlagern. Das soll genügen. Hier neben haben wir ja die Beeren-Sammler, eine der Sammlerhütten. Von daher ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir hier zwei Plätze für die Beeren haben. So, dann schauen wir mal weiter, ob wir vielleicht irgendwo noch einen Träger oder so zuweisen können. Schauen wir mal bei unseren Lagerhäusern an. Ja, hier fehlt ein Träger. Und wir haben hier keinen Fischbestand in der Nähe. Das ist ja sehr interessant. Ich glaube schon. Ich glaube, das stimmt nicht, die Meldung, die wir hier gerade erhalten haben. Unsere Fischer sind ja eigentlich hier sehr aktiv. Gut, dann schauen wir mal weiter. Wir haben hier noch ein Lagerhaus. Hier fehlt auch ein Träger. Weisen wir dann noch einen zu. Dann haben wir hier noch ein weiteres Lagerhaus. Hier fehlt auch ein Träger. Dann haben wir nur noch vier Arbeitsdose. Dann sollten hier hoffentlich noch ein paar Zuwanderer kommen, damit wir dann auch alle Arbeitsplätze in unserer neuen Fischerhütte, der Fleischerei und den beiden Jagdhütten besetzen können. Da müssen wir mal ein bisschen abwarten. Da kommt gerade ein Händler. Schauen wir mal, ob das schon der neue ist. Nein, das ist unser Händler aus Norsbury. Aber ihm auf dem Fuße folgt, wo der Händler aus Mittel. Ja, das ist der Händler aus Mittel. Da hat man den Unterschied jetzt hier sehr schön. Der trägt nur 25 Beeren zum Beispiel. Also und der aus Norsbury 100 durch die Aufwertung auf Stufe 2. Naja, ich hoffe, wir werden uns mit dem Klerus gutstellen und dann dort auch mit ihm die Handelsgute verbessern können. Gucken wir mal ganz kurz, dass wir hier vielleicht ein bisschen was machen in der Zwischenzeit. Wir haben noch 14 Münzen. Ich glaube, da können wir nicht viel machen. Das ist ein bisschen schade. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, wir werden mal hier schon ein bisschen was abgrenzen an Verschönerung platzieren. Aber jetzt ist erst einmal unsere Jagdschütte fertig geworden. Wir haben hier unten unser lärmendes Viertel und der hier an der Kante. Naja, wir brauchen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Da können wir uns jetzt gerade nicht drum kümmern. Wer kommt da? Neue Zuwanderer, so wie es aussieht. Ein oder zwei. Ich glaube, nur eine einzelne Dame kommt da gerade. Gut, und jetzt ist die Jagdschütte gerade fertig geworden. Dann können wir uns darum mal kümmern. Das ist die erste hier hinten. Da können wir jetzt mal jemanden einstellen. Dann stellen wir doch mal eine Annette ein. Dann können wir das hier zumachen. Dann haben wir also quasi unsere erste Jägerin. Dann können wir die Jagdschütte schon mal schließen. Wir können auf die zweite warten. Und dann schauen wir mal ganz kurz. Der Speicher, dem fehlt bloß noch der Baumeister. Bei der Fleischreihe fehlt auch nur der Baumeister. Die Fischerhütte, die braucht noch ein paar Hölzer. Und der Marktplatz, der ist fertig geworden in der Zwischenzeit. Das ist sehr schön. Wir können hier einen weiteren Markthändler zuweisen. Und wir können dann noch beim Markt natürlich hier auch den Verkauf von Fleisch festlegen. Sehr schön. Dann können wir uns das auch mal ganz kurz anschauen. Wir müssen eh zum Markt. Da steht unsere neue Einwohnerin. Sehr schön. Die ist ins Dorf aufgenommen. Der Marktstand ist schon fertig, aber das Zelt muss noch gebaut werden. Und wir können mal gucken, ob wir nicht hier noch was vielleicht machen können mit unserer Wohngebietszone. Ja, da kann man ein kleines bisschen, glaube ich, hier rüber gehen. Da ist noch etwas Luft. Das sollten wir jetzt ausnutzen. Wir haben hier drüben so ein bisschen reduziert. Und wir brauchen auf jeden Fall Wohnflächen für unsere mittlerweile 59 Dorfbewohner. Also sollten wir das machen. Nehmen wir mal einen kleineren Pinsel. Das ist jetzt etwas sehr klein. Das ist etwas besser. Gehen wir mal hier lang und machen das etwas netter. Ja, so sieht das ganz gut aus. Ja, so passt das, glaube ich. Ich hoffe, die nutzen dann die Fläche hier auch. Gehen wir hier noch mal ganz kurz von der Straße, den Weg weg. Und auch hier beim Abbau. Na, das können wir eigentlich lassen, aber machen wir es hübsch. Ich mag das, wenn das gerade Kanten sind. So weit es geht jedenfalls. So, da wird auch direkt gebaut. Das ist großartig. Sehr schön hat sich das schon mal gelohnt. Das heißt, wir kriegen kein Problem mit eventuell zu wenigen Unterkünften für unsere Dorfbewohner. So, dann schauen wir mal, dass das hier langsam fertig wird. Ich habe jetzt die ganze Zeit hier die Simulation auf der niedrigsten Stufe laufen lassen, bemerke ich gerade. Aber jetzt geben unsere Dorfbewohner hier richtig Gas. Also da wird gleich der Speicher fertig. Die Jagdhütte ist fertig. Wir weisen einen weiteren Jäger oder eine weitere Jägerin zu. Und der Speicher, der braucht noch einen kleinen Moment. Was macht unsere Fleischerei? Die ist noch nicht ganz fertig. Die braucht noch mal ein bisschen Arbeit vom Baumeister. Und die Fischerhütte, die braucht immer noch ein paar Hölzer. Die haben aber 113. Ich glaube, unsere Träger sind arg beschäftigt. Nun gut, lassen wir sie einfach mal arbeiten. Wir werden das schon schaffen. Und wir haben jetzt auch leider nur 18 Münzen. Wir können also nicht viel machen. Das sind die Werkzeuge, die wir einkaufen. Die dürften hier unser Defizit verursachen. Wir schauen gerade mal. Nein, das ist der Unterhalt hier im Moment. Ich glaube, das stimmt nicht ganz. Da müssen wir wohl die Palierter reingehen. Jetzt ist der Marktplatz fertig geworden. Also sprich, das Zelt. Das sieht sehr nett aus hier. Das weiße Zelt, das passt irgendwie zu einem Fly-Stand, finde ich. Und jetzt ist der Speicher fertig. Das ist großartig. Da werden wir mal festlegen, dass dort Bären eingelagert werden. Fische, Wildschweine und zusätzlich noch mal Fleisch. Da haben wir noch mal eine Reserve auf jeden Fall. Wir haben zwei arbeitslose Dorfbewohner. Dann würde ich sagen, da lassen wir den Speicher mal offen. Und wir werden uns erstmal um unsere Fleischerei kümmern. Das halte ich erstmal für wichtiger. Die ist nämlich gerade auch fertig geworden. Jetzt können wir uns das gute Stück hier mal anschauen. Das ist ein sehr hübsches Model auch, wie ich finde. Und passt auch hier irgendwie an die Küste. Die ist also auch sehr hübsch mit dem aufgehängten Fleisch. Und den kleinen Stand. Aber wir wollen sie auch in Aktion sehen. Also weisen wir mal zwei Fleischer oder zwei Fleischerinnen zu. So, das ist geschehen. Jetzt muss bloß natürlich noch Wildschwein hier angeliefert werden. Das wird sicherlich bald passieren. Unsere Jäger müssen natürlich erstmal ein bisschen was jagen. Und dann Wildschweine produzieren sozusagen. Wir haben hier auf jeden Fall, wie man sehen kann, Wildschweine. Da drüben auch. Ich hoffe, wir haben jetzt die Zone groß genug gemacht. Ich glaube, da können wir nochmal ein kleines bisschen nachbessern. Gehen wir mal mit der Jagdzone hier noch ein bisschen weiter. Dann muss der Jäger hier hinten oder die Jägerin nicht so weit laufen. Und wir müssen dann eigentlich unser Waldgebiet noch etwas verändern. Aber wir haben nicht viel Platz. Wir haben auch nicht genug Münzen, um ein weiteres Territorium zu erwerben. Und wir müssen erstmal mit dem knappen Platz hier auskommen. Naja, das wird schon. Und wir können mal gucken, ob wir jetzt hier demnächst dann noch weitere Dorfbewohner kriegen. Ja, großartig. Sind gerade welche angekommen? Das sind, glaube ich, sogar vier. Das ist sehr schön. Das heißt, wir werden mal drei Träger zuweisen. Für unseren neuen Speicher hier unten an der Küste. Dann können die sich hier schon mal nützlich machen und die Waren verteilen. Wer weiß, vielleicht ist hier irgendwo schon ein Wildschwein. Da ist eins. Sehr schön. Und dann kann einer der Träger das mal dann zur Fleischerei bringen. Das ist wohl auch schon passiert. Da wird gerade das erste Wildschwein wohl zu Fleisch verarbeitet. Und wir erhalten im Übrigen fünf Fleisch aus einem einzelnen Wildschwein. Das ist eine gute Quote, finde ich. Sieht aus wie ein einzelnes Bein. Und daraus werden dann glatt, ja, fünf Fleischstücke. Sehr interessant. Diese Wildschweine hier bei uns, die müssen sehr ergiebig sein. Sehr gut genährt. Na ja, haben wir das gesehen. So, wir haben unser erstes Fleisch produziert. Hier oben ist es auch jetzt zu sehen. Und dann sollte es zum Markt gebracht werden und dort verkauft werden. Machen wir auch die Jagdhütte hier zu. Ich würde jetzt gerne noch sehen, dass die Fischerhütte hier unten fertig wird. Dann haben wir uns hier in dieser Folge tatsächlich auch wirklich um die Fleischproduktion gekümmert. Ist sehr einfach gehalten, muss ich sagen. Also, ich kenne da einen Mod für Foundation, den ein befreundeter YouTuber von mir gespielt hat. Da gibt es dann auch noch die Fleischproduktion mittels Vieh. Finde ich auch sehr interessant. Vielleicht wird das Konzept mal irgendwann ins Basisspiel aufgenommen. Das würde ich mir wünschen. Bei den Mods möchte ich nicht spielen, da dies immer wieder Probleme verursacht hat. Und daher habe ich mir entschieden, es ohne Mods zu spielen. Aber das habe ich, glaube ich, in der ersten Folge schon gesagt, dass wir das tun. Aber warum nicht, habe ich, glaube ich, nicht gesagt. So, hier wird auch bereits das nächste Wohnhaus errichtet. Das ist gut. Wir haben jetzt ein paar Münzen übrig. Ich würde sagen, wir warten mal noch ab, dass unsere Fischerhütte fertig wird. Und wir werden uns noch ein bisschen um die Verschönerung kümmern. Gehen wir mal in die Dekorationen. Und machen hier an der Grenze zu unserer Handwerkergasse ein kleines bisschen was. Nehmen wir doch einfach hier mal so einen Zaun. Und drehen uns den mal ein bisschen zurecht. Und platzieren den mal hier vorne am Weg. Grenzen wir das so ein ganz kleines bisschen ab. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Machen wir einen hier. Bauen den für fünf Münzen. Das Fenster wieder zu und wieder auf. Wie gesagt, das finde ich nicht ganz so gut gelöst. Und dann, naja, platzieren wir hier einfach mal noch einen zweiten Zaun davon. Und vielleicht dazwischen mit einem kleinen Busch oder einem Strauch. Gucken wir mal, was wir da so im Angebot haben. Gehen wir also nochmal in die Dekorationen. Nehmen wir hier mal so einen flachen Busch vielleicht. Oh, der ist aber sehr knurbelig. Ich glaube, da gefällt mir der Blütenstrauch aber besser. Der ist auch etwas kleiner. Das sieht irgendwie netter aus. Platzieren wir den mal hier zwischen. Und vielleicht setzen wir noch einen Baum in die Mitte. Dann wird das, glaube ich, ganz hübsch. Ja, hier unten so um den Baumstamm herum. So, dann haben wir erstmal ein paar Münzen für die Verschönerung ausgegeben. Dann fühlen sich unsere Dorfwohner hier unten auch wohl. Und das neu gebaute Wohnhaus hier oben am Markt, das ist gleich ausgebaut worden für die Gemeinden. Das ist auch nur ein kleines. Das ist nur für zwei Dorfbewohner. Aber das ist das Haus, das Gemeine beziehen. Die strohgedeckten Häuser hier, die sind für die Leibeigenen im Übrigen. Haben wir uns auch noch gar nicht angeguckt, beziehungsweise ich habe es noch nicht erwähnt. Aber das haben wir jetzt hiermit auch nachgeholt. Oder ich habe es jetzt nachgeholt. Ich finde, unser Dorf, das entwickelt sich ganz gut. Und wir müssen uns dann wohl in einer der nächsten Folgen noch um die Unterhaltung kümmern. Also spricht die angesprochene Taverne. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, wie es aussieht. Unsere Fischerhütte wird irgendwie nicht fertig. Da kommt der Baumeister irgendwie nicht hin. Ich habe eine Vermutung, woran es liegt. Wir werden den Baum mal kurz priorisieren und nochmal die Simulation etwas schneller laufen lassen. Es kann sein, dass sie jetzt hier an der Küste nicht richtig angesprochen wird. Aber da wir eigentlich die 20 Holz geliefert bekommen haben, kann es einfach sein, dass unser Baumeister, der hier bauen sollte, das als zu weit weg empfindet und lieber hier die Wohnhäuser ausgebaut hat, am Markt gebaut hat und ähnliches. Das könnte die Ursache sein, ansonsten kann es auch passieren, dass die Baumeister kein Weg hierher finden, weil es jetzt irgendwie an der Küste ein kleines Problem gibt. Das hatte ich schon mal in einem Testspiel stand. Das scheint hier fast der Fall zu sein. Ich glaube, die müssen wir vielleicht nochmal abweisen. Die 20 Holz sind es ja nicht. Naja, wir werden erstmal unseren neuen Dorfgewohner aufnehmen. Wir haben wieder drei neue erhalten. Das heißt, wir können jetzt mal den Speicher mit einem vierten Träger versehen. Das mal zumachen. Und dann haben wir noch zwei arbeitslose Dorfgewohner. Naja, die müssen wir wohl erstmal arbeitslos lassen. Wir haben eigentlich gerade keine freien Arbeitsplätze, wenn ich das richtig sehe. Und hier bei einem Gebäude fehlen noch Rohstoffe. Das ist wohl eine der Frischerhütten. Ich befürchte tatsächlich, dass die hier zu dicht an der anderen ist. Wir werden die einfach mal abreißen. Und dann werden wir in der nächsten Folge eine neue errichten. Die haben ja auf jeden Fall für neue Nahrungsquellen gesorgt. Beziehungsweise jetzt für die dritte Nahrungsquelle, das dritte Nahrungsgut. Wir haben jetzt auch mittlerweile 21 Fleisch. Das ist ein bisschen schade hier. Was kosten die Fischerhütten nochmal? Schauen wir mal ganz kurz. Da ist die Fischerhütte. Naja, das hat uns ja 20 Holz und 10 Münzen gekostet. Das ist nicht ganz so tragisch. Und wir haben auch, glaube ich, den Zufriedenheitsmalus wieder abgebaut. Ja, sehr schön. Der ist weg. Wir müssen uns jetzt hier eigentlich nur noch um die Unterhaltung kümmern. Das gibt uns einen negativen Wert hier von 3%. Das ist noch ganz gut. Wir haben nicht so viele Gemeine in unserem kleinen Küstendorf. Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Wir haben eine grundlegende Fleischproduktion hier etabliert. Wir haben unser Dorf weiter ausgebaut, den Markt weiter ausgebaut, viele neue Zuwanderer bekommen. Und wir haben uns die Handelsroute mit dem Klerus bzw. mit Mittel freigeschaltet. Ich glaube, das war ganz gut. Ich habe auch nochmal das mit der Handelsroute oder den Handelsrouten, wie die zu lesen sind, klargestellt. Das war mir wichtig. Mir kam das merkwürdig vor. Und da bedanke ich mich an dieser Stelle auch noch für einen Kommentar unter der letzten Folge, der mich darauf nochmal hingewiesen hat. Wie gesagt, mir kam das die ganze Zeit merkwürdig vor, aber ich habe nicht weiter darüber nachgedacht. Und ein Blick in den englischen Client hat es dann wirklich ganz deutlich gemacht. Nun gut, also wie gesagt, danke dafür nochmal. Und ich bedanke mich auch dafür, dass ihr wieder bei dieser Folge mit dabei wart. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Hier mit den ganzen Änderungen, die wir jetzt hier in Foundation in der Version 194 haben. Und ich hoffe auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es hier dann weitergeht mit unserem kleinen Küstendorf. und wir wieder ganz in Ruhe und entspannt weiterbauen. Bis dahin, macht's fein, ciao ciao und bis bald!